Wir trinken heute keine Alkohol, freies Bier, ne? Ein guter Abend, weil wir es schon gespielt haben. Total ich, heute total voll. Die Mädels haben was zu sagen. Ja, also wir nehmen gerne eure Gâteaube ab, wir nehmen auch kein Geld dafür. Aber wir nehmen gerne eine kleine Spende und am liebsten sind uns Scheine! Jawoll! Mein Teil das erste Mal auf dem Abend, wo man nicht mehr strecken kann und Tränen brechen noch immer aus mir aus. Und von da an Salern ist alles so. Ich hab Ordnung gelehrt, Gesetze verfasst, wir müssen aus die Wahrheit in der Wänge sind Sarsgund. Ich hab geführende Sarsgund! Abends noch ein wunderschönes Ereignis ist immer so eine Sache. Ich will euch eine kleine Geschichte erzählen. Das ist jetzt 15 Jahre her, da stand so ein kleiner Knirps bei mir vor der Haustür und sagte, Mensch, der will Schlagzeug spielen. Ich sag, na ist okay, kannst du dir ein paar Stöckchen geben? Ja, das fand ich so cool. Und Luki, der da oben gerade sein Set aufbaut. Komm mal runter, Luki. Komm mal runter. Komm mal her, mein kleiner Weiß. Warte, ich gebe dir auch ein extra Mikrofon. Luki ist ein super Schlagzeuger geworden und kriegt heute seinen Schlagzeug-Signature-Stock von unserer Firma überreicht. Mit eigenem Logo von Lebensrägen. Und wenn ihr von Luki selbst signiert das haben wollt, hinten am Birsch. Applaus für Luki, toller Schlagzeuger. Luki, um Wasser zuhause auf der Luft und nachgebirkraft. Tschau,仄 sagte du seine mach Freig!!! Esemρε uh andere, items ber temat! Angebot für Tömer noch nicht. Aber circa 1 Zeitung. Bes convenest du Teil nur an Zahnation des boards und verwende dichung! Abom wohnen muss sein. iate yetiate jetzt wieder mal und höre an Zahnation des Boatstens. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 U Gesundheit Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend! Danke! Sehr lange Spaß! Wir sind lebensleidig aus! Bravenau! So sieht man an einem Konzert aus! Er stirbt übrigens heute noch! So, Rocking Missbrauch! Man sieht hier gar nichts, aber Rocking Missbrauch ist vorbei! So frei! So Applaus für die Bierwahl!